Hallo und herzlich willkommen bei der Let's Play! Was spielen wir überhaupt? Ah ja, wir spielen Hunger Games! Und wir sind wieder auf Pyramidensuche. Beziehungsweise du. Beziehungsweise ich. Sarah, hast du Dings wieder drin? Rase Minimapper? Jaja. Gut, ich sagte, dass ich eine Pyramide gefunden habe. Ach ja, wir müssen noch ein Kit auswählen. Ich habe einen NPC-Dorf. Kannst du Koordinaten aufschreiben? Jo, ich mach mal einen Breakpoint. Ich muss hier leise sein. Pssst! Wieso? So. Nur so. Es ist minus 220. 68. Du solltest nicht zu leise sein, sonst versteht man jetzt schon wieder nicht. Minus 226. Ich bin eh laut genug. Okay. Es ist lila. Okay. Jetzt gehe ich noch auf Pyramiden zu. Vielleicht ist hier dann ja auch noch eine Pyramide. Haben wir einen NPC-Dorf? Da ist schon ein Spieler. Mann. Ich laufe dir. Lol. Da ist, pass auf, da ist Lava in dem NPC-Dorf. Mhm. Soll ich da hinlaufen? Ja. Ich laufe dir dann sofort nach. Was ich versuche. Das war nochmal die Kaliaten. Ich versuche sie mir zu merken. Hast du keine Minimap drinne? Ne. Mach ich da in der nächste Runde. Mach ich da rein. Lame. 30 Sekundes. Der Donament, der will startet in der 30 Sekunde. Jo. Was mach mal? Ich geh mal uns diese Dinger anschauen oder nicht? Was? Achso, du meinst das NPC-Dorf? Nein, allgemein, ähm, Dinger. Hä? Also Kisten, die spawnen. Mini-Fies und so weiter. Achso, ja. Mini-Fies würde ich auf jeden Fall hingehen. So. So. Lauf. Ja, ich hänge in der Erde drin. Oh. Ich sollte vielleicht nicht durch die Lava. Ich kann leider gerade nicht laufen, weil es extrem leck bei mir. Ja, ich bin hinter dir. Ich bin vor dir. Lauf einfach circa in die Richtung. Äh, in die. Einfach da geradeaus, dann lauf ich dir mal vor. Da geradeaus. Wo bist du hin? Hä? Ah, toll, da. Lauf dir einfach Richtung Winter-Bio. Lauf dir einfach nach, so. Er scheint, dass wir... Ja, da vorne ist schon... Da vorne könnt ihr schon das NPC-Dorf sein. Ich bin der Erste, der dort ist. Ja, ich seh das NPC-Dorf schon. Lauft noch jemand mit uns, kannst du mal rumschauen, weil ich bin gleich da. Äh. Oder sind wir die Einzigen? Im Moment seh ich keinen. Das ist natürlich nice. Wenn wir wieder eine Kiste kriegen wollen, dort ist eine Kiste. Applaus auf, da ist auch Lava. Ja, ich kümmere mich ums Feld. Ja, ich seh die doch auf der Minimap. Kein Problem. So, ich hol mal die Kiste, okay? Lava. Sag nicht, dass die Lava die Kiste weggemacht hat. Scheiße, ich muss das irgendwie abbauen. Ne, die ist da. Ja, ich hol sie mir. Okay, dann... Zwei Eisenbrustpanzer, Sarah. Geil. Magst du den haben? Ja, gib das bitte mal direkt. Hier. Boah, voll lucky, dass da zwei drinnen waren vor allem. Ja. So, dann bauen wir noch die Felder ab und hauen dann ab. Ja. Ich baue einfach alles ab, damit die anderen nichts bekommen. Ja, ich auch. Noch ist keiner da. Essen haben wir dann auch schon mal genug, dass es auch schon mal nice. Da ist einer. Nein! Das sind unsere Sachen. Schleif dich. Wir haben einen Brustpanzer, also ich würde wegrennen von dir. Von mir, du Spacken. Herr Spacken, willst du gegen mich kämpfen? Komm, lauf! Jetzt lauf! Ich habe einen Eisenbrustpanzer. Lauf! Noch 15 Sekunden. Das heißt, wenn ich die Sachen wegnehme? Der nimmt uns immer noch die Kartoffeln und so weiter weg. Ich pack das gar nicht. Das sind unsere Karotten. Josef. Der ist weggelaufen. Der ist weggelaufen. Lass ihn einfach weglaufen. Okay, wir sollten auch mal weglaufen. Lauf mal. Ich lauf hinter dir her, ja? Jojo. Follow me. No, Minifiest. Lauf mal. Wie sind wir denn? Gut sogar, oder? Minus 200 und Min... Nein, 200 plus und minus 200. Wäre mal nicht so schlecht. Komm, lauf mal. Die Richtung. Warte, dann mach ich Waypoint. Äh, 200... Mach ich jetzt so minus 232, da wo ich gerade stehe. Wo bist denn du? Ich lauf gerade dorthin. Ach Gott. Ich glaube, ich bin gerade ein Spieler vorbeigerannt, aber scheiß drauf. Ich muss jetzt erstmal was essen. Ich hab schon was gegessen. Ich hab alle 62 Meter. Oh Gott, da sind Spieler! Lauf einfach, du hast ein Eisenbrustpanzer, Sarah. Einfach laufen. Der erwischt ich schon nicht. Scheiße, wir sind schlecht gelaufen am Anfang. Fuck. Ich hoffe, dass das Minifiest niemand wegnimmt uns. Weil da dann wieder Schadenstränke drin. Aber du musst doch in Dschungel laufen, das weißt du ja, oder? Ja, das merk ich. Gut. Da ist jemand. Lauf einfach, du hast ein Brustpanzer, die können dir nichts anhaben. Bei mir ist auch einer. Aber du bist besser als die, du bist besser als die, du hast ein Brustpanzer. Bei mir ist eine Katze. Die klatschen sich schon hinter mir? Ja, lass es. Lass es. So dass ich nicht so gut durchkomme. Ja, ich komm ja auch nicht so gut durch. Einfach versuchen, so gut wie möglich. Ach du, komm. Ich durfte gleich da, ich hab's gleich gefunden schon. Das wär lucky, ey. Ne, da hab ich mich verkuckt. Verkuckt hab ich mich da. Aua. Ne, war auch nicht Aua. Hopp Oh, das ist so weit weg, das Vieh ist Ich komm nicht durch den Dschungel Ja, ich auch nicht, ich hasse Dschungel 100 Blöcke muss ich noch hinter mich bringen Aua Kokobeams 200, schlag mich tot, Meter Oh Du musst dich jetzt langsam sehen können Ja, das ist nicht mehr im Dschungel Ich bin außerhalb des Dschungels schon Okay Scheiße, wenn das nicht außerhalb des Dschungels ist, dann ist das schon mal scheiße Boah, ich will jetzt nicht sterben Achja, wir können ab jetzt längerer Folge hochladen, Leute Das heißt, die wird direkt, so wie sie jetzt hier aufgenommen wird, so hochgeladen Direkt von mir, jetzt dann Nach der Aufnahme wahrscheinlich schon So Ich hab's gefunden Super Seid mir bitte die Koordinaten, dann komm ich da hin Klar, ich muss erstmal ausnehmen Jaja, klar Da war noch keiner Ich nehme einfach alles mit, was ich sehe Ich will bloß, dass wir uns irgendwo treffen Da ist nichts Gescheites drin Doch, drei Eisen, ist schon mal gut Eine Kiste ist komisch sehr leer Dann machst du schon mal ein Eisenschwert Present form Was für ein Ding bist du? Ähm, Cultivator Cultivator Ich darf hier nicht stehen bleiben, ich bin zu nah am Fiest Da ist auch ein Riesen, ein Riss ist da gleich Da, da schlagen sich Leute Bist du das, Sarah? Nein, der hat ein Schwert Lauf! Fick dich! Ist da auch vorhin im Riss? Ja, aber hinter mir ist jemand Hinter mir ist ein Schlagmichtodt Okay, der ist weggegangen Ich hab das ganze Fiest ausgenommen Sag mal bitte die Koordinaten Äh, 236 und minus 285 Äh Ich muss dringend ein Crafting-Tabell machen Ich mach mir kurz ein Eisenschwert, wenn dir das recht ist, Sarah 236 und Minus 300, minus 300 Minus 300, genau Verstehe ich gerade Ich mach mir kurz ein Eisenschwert, damit ich mich sicher fühle Ja Ah, wo muss ich hin? Dahin Ich hab nur 65 Meter, ich komm zu dir Oh mein Gott, da ist einer Töte ihn, töte ihn, töte ihn, töte ihn Das Nein Wo bist du denn? Ich komm zu dir, ich töte ihn Ich hab ein Eisenschwert Ich bin gleich da, ich bin gleich da, bitte Nein, 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 nein Scheiße Wo war denn der? Der war hinter mir Der war koordinatenmäßig Weiß ich nicht, ich hatte noch, glaube ich, 60 Meter oder so Hatte der schon ein Eisenschwert? Weiß ich nicht Ich glaub ein Steinschwert Gut, dann töte ich den Ich hab ein Eisenschwert und Eisenbrustpupfer Hm, Mann Warum passiert das immer mir? Ich seh keine Spieler Ich steh am höchsten Baum, der ihr geht Und ich seh keine Spieler Oh Oh, war nicht klug Ich geh einfach nur zu den Fiest Ich bin jetzt ein Fiest-Boss Zack Das nächste Mal bleiben wir zusammen Ja, nächstes Fiest 200 Minus 400 Ich muss hin Das nächste Mal bleiben wir zusammen Ja Du hättest einfach mitfolgen können Mitfolgen können hättest du einfach Ich renge auch zum nächsten Fiest Ich bin keiner Motherfucker Ich werde alle töten, die ich sehe Aber du weißt Dir ist schon bewusst, dass der Typ, der mich getötet hat Jetzt meinen Brustpanzer hat, ne? Ja, aber ich hab ein Eisenschwert Ich bin besser Ist das jetzt nicht in der Wüste Dann sag ich nicht, dass es auf 500 Meter Höhe ist Oder sowas wieder Okay, ich könnte jetzt schon direkt beim nächsten Fiest Da ist ne Pyramide War da schon jemand drin, dass es aufhätt, wenn da noch keiner war, Mann Müssen wir ihn ja eigentlich erkennen, oder? Ja, das wird man erkennen Leck Nein Holzschwert, fick dich Ihr wollt wirklich sterben Ich bin vergiftet Ja, Weiber Lauf, Lauf, nicht so vergiftet, sondern ich bin herzenvergiftet Ah, Lauf Nein, mein Essen ist vergiftet Achso Loll, da ist das andere Fiest Scheiße, ich bin tot Fuck Der hat mich mit dem Heuschwert gedätet Scheiße Super Mann Okay, ich lass direkt hoch Und tschüss, Leute, bis später Ciao